Seid ihr bereit? Peter Ortner ist der Chef! Andi Entner, Markus Gschwendner, Erich Hager und Werner Keimdl. Das sind die beiden Herren, die Bremser im Auflieger. 250 Stunden sind in dieses Vehikel geflossen. Es ist unschwer zu erkennen, der Coca-Cola Weihnachtstruck. Die letzten Kerzen werden entzündet. Und da gibt es jetzt noch einmal das Allerlauteste, das Westendorf jemals gehört hat. Westendorf, Jump in! Und jetzt gibt es einfach nur tausenden Applaus für das Vehikel, das hier zu euch hinunterkommt. Peter Ortner, bereits fünfmal mit dabei beim Jump and Freeze. Danke sagen Sie an den Luigi Colore, an den Luis. Weihnachten dauert das ganze Jahr und deswegen der Coca-Cola Weihnachtstruck. Er applaudiert sogar die Jury herunten und alle blicken mit staunenden Augen hinauf. Und ich würde sagen, wir lassen das auf uns wirken. Das längste Vehikel am heutigen Tag. Und unsere letzte Nummer 10 in der Kategorie Crazy Vehikel. Der Coca-Cola Weihnachtstruck. Die Burm vor der Schottergruhe. Und das geht weiter mit einem großen Jump and... Da putzeln alle aus der Fahrerkabine heraus. Wahnsinn. Und der große Anhänger bleibt hängen. Ja, unglaublich, Westendorf. Da muss noch einmal ein Riesenapplaus her. Der Coca-Cola Weihnachtstruck. Ey Leute, das ist super. Wahnsinn, was hier geboten wird. Schaut euch das an, Bernd. Ja, unglaublich. Nur gemeinsam sind wir stark. Und nur die Besten sterben jung. Das sind jene zwei Sachen, die die Jungs des Coca-Cola Weihnachtstrucks, die Burm aus der Schottergruhe aus Breitenbach, hier noch einmal verlautbaren lassen. Jetzt, liebes Publikum in Westendorf, besteht überhaupt kein Grund davon zu laufen. Wir machen so schnell als möglich mit der Flower Ceremony weiter. Wir bedanken uns doch vorweg schon einmal bei Ihnen, bei Euch. Ihr wart ein absolut großartiges Publikum. Es war eine würdige 14. Ausgabe des Jump and Freeze 2011. Ich hoffe, Sie haben Ihr Kommen nicht bereut. Es war wirklich großartig, Sie hier in Westendorf zu haben. Und ich hoffe, wir dürfen Sie auch 2012 wieder begrüßen, wenn es heißt Jump and Freeze, the 15th Edition. Und ich hoffe, Sie sehen uns doch noch einmal bei Ihnen.